Heute besuche ich Modehaus Lücher in Wedel. Und weil die keine Kindermoden haben, habe ich eine alte Frau mitgebracht. Hallo Marie. Hallo. Hallo Cornelia. Schön, dass Sie hier sein. Ich bin Jan. Ich zeige Ihnen unser Modehaus. Oh ja. Ihr habt doch hauptsächlich Damenmode, oder? Ja, das stimmt. Wir haben hauptsächlich Damenmode für Jung und Alt. Und das zeige ich dir am besten mal jetzt hier. Vielleicht gibt es doch schon seit 5000 Jahren. Fast nicht. Ganz 5000 Jahre. Seit 1899 sind wir hier. Und das immer im selben Haus. Wow. Cornelia, die braucht immer stundenlang zum Einkaufen. Und ich glaube, die weiß gar nicht, was sie will. Ist es bei erwachsenen Frauen immer so? Viele gehen ja gerne shoppen. Einige schauen sich in aller Ruhe um. Und einige wollen beraten werden. Obwohl euer Haus so uralt ist, habt ihr ja ganz moderne Marken. Ihr habt ja auch Sorgen für Männer. Ja, teilweise auch dieselben Marken. Das ist Oliver und Mac. Oder Casamoda und Cam Active. Eine ganz beliebte Marken. Dann muss ich ja das nächste Mal eine Frau und einen Mann mitbringen. Gerne, freue ich mich. Mit Cornelia komme ich nicht mal wieder her. Das dauert ja Stunden. Dann hat er mich nicht pielesend. Ja. Ja. So, was ich soos United ... Aber ... Vielen Dank.